Verkäuferin Reinhild und ihre Freundin Ursula haben in der Dienstagsausgabe der beliebten ZDF-Show eine uralte Tröte mit in das Pulheimer Waldzwerk gebracht. Drei oder fünf Mark habe diese einst auf einem Flohmarkt gekostet. Die Hupe war ein Geschenk an ihre Kinder und sollte zum Quatschmachen dienen. Doch die enorme Lautstärke brachte Reinhild schnell an die Grenzen ihrer körperlichen Belastbarkeit. Das war höllisch laut, erinnert sie sich im Gespräch mit Moderator Horst Lichter, 61. Irgendwann habe sie das Spielzeug dann versteckt und auch 40 Jahre lang nicht mehr wiedergefunden, bis sie kürzlich ihren Notenschrank aufräumte. Experte Detlef Kümmel erklärt, dass es sich um eine originale Autohupe aus Messing handelt. Mehrere Lötstellen am Horn seien dafür ein eindeutiges Indiz. Möglicherweise war das Objekt auch an einer Kutsche oder einem Motorrad befestigt. Die Herstellung durch die Firma India datiert der 55-Jährige um 1910 bis 1920. Zudem bescheinigt er der Tröte einen guten Zustand. Dem kann Lichter nur beipflichten. Die Tute tutet. Als der Moderator seine Gäste nach dem Wunschpreis fragt, erhoffen sich diese zwei Waldis für ihr Mitbringsel. Das Standardgebot des Kunsthändlers beträgt 80 Euro, also 160 Euro. Kümmel hält dagegen nur 50 Euro bis einen Waldi für realistisch. Im Händlerraum landet die Hupe auch sogleich in den Händen von Walter Lenatz, der sofort sein Traditionsgebot in den Raum wirft. Wenn ich das an meinen Fortschraube, muss ich mit offenem Fenster fahren, scherzt der 56-Jährige. Doch auch Wolfgang Pauritsch, 51, und Joes van Katwijk zeigen Interesse an dem Höllenspielzeug. In 10er Schritten geht es aufwärts bis schließlich die magische Marke von zwei Waldis erreicht ist. Reinhild hat inzwischen Blut geleckt und beginnt zu pokern. Einer geht noch, fordert die Verkäuferin selbstbewusst. Und tatsächlich überbietet sich Lenatz noch einmal selbst. Für 170 Euro erhält er den Zuschlag. Geht man von den ursprünglich investierten 5 D-Mark aus, umgerechnet etwa 2,50 Euro, dann haben die beiden Damen bei Bares für Rares in etwa den 68-fachen Kaufpreis für ihr Mitbringsel erzielt. Wahnsinn!